willkommen und ja zurück hier bei minecraft ich bin eigentlich dabei eigentlich wollte ich ja hinten am zaun offline hätte ich in der letzte folge gesagt ein bisschen ausleuchten aber habe ich es doch noch nicht gemacht mir ist noch was anderes eingefallen was ich machen muss wir müssen nämlich noch da oben da ausbauen da muss doch noch erde da ist noch erde so ich muss erst mal gucken hier draußen war ein creeper da hinten da hinten läuft er gucken ob wir schlafen können hier habe ich schlafen kann es geht okay so habe ich das schon gesagt mir sonst hier monstern in der nähe ich kann nicht schlafen so aber ich glaube das noch da wir haben doch wir haben doch wir haben doch bogen und 16 pfeile ok ja schon dauernd wegen stärke bogen weil der stärke drauf hat nein ja stärke drauf so mal gucken ob er noch was schönes gedroppt hat ein bisschen xp schon wieder fast level 28 so dann schauen wir mal ob ich ein bisschen holz habe da oben ja die frage ja schon möchte eichenholz oder ich glaube ich in einem eichenholz wir haben ja noch ein bisschen was hier ich habe noch schwarz eichenholz soll ich mal schwarzeichenholz nehmen ich denke mal schon ne jetzt habe ich keine erde doch ne habe ich keine erde dabei ich guck gerade wegen der höhe ich will das auch nicht zu niedrig machen ich denke mal so reicht das hier außen lasse ich erstmal auf oder muss mal gucken ich weiß noch nicht das macht ob die fenster wollte ich die noch vergrößern was ist das denn hier die blöde erde ja ist ja eigentlich ein bisschen niedrig ne soll ich das vielleicht doch noch ein bisschen höher machen das ist ja sozusagen ein kleines ja fachwerkhaus von der deckenhöhe sei ich genau richtig hier ne das hätte ich gedacht vielleicht noch ein kronleuchter hier aber ne wir müssen ja auch irgendwie da hoch kommen ich überlege gerade oder wollen wir von außen die treppe anbauen weil hier drin ist das ja ein bisschen eng ne ich kann natürlich hier so eine leiter machen wo man umgehen kann ja das ist die frage ich glaube ich mal erst erstmal normal zu ne weil von außen man muss ja eigentlich unbedingt nach oben so ich hoffe das schwarzeigenholz das reicht auch ein bisschen hatte ja noch so hier würde das pass mit die fenster ne die fenster mit dem fenster von der höhe ach ja die müssen vielleicht noch ein tick weiter runter ich muss mir das noch mal für draußen bekommen sonst mache ich die fenster bisschen größer nee das sollte ja eigentlich ach doch alles alles gut alles gut alles gut so ich glaube das reicht nicht das sind doch bloß acht oder ja reicht aber einer fehlt noch beziehungsweise zwei so fackeln die müssen fackeln hier sonst spawnen hier doch monster die fenster muss ich noch mal gucken hier so hier ist auch noch ein bisschen dunkel ne oder noch was denn ich glaube das lasse ich erstmal auf ich muss dann bestimmt nochmal hoch hier ist das tiefer auf der seite ja als wieder auf der anderen seite so wie da und da habe ich auch schon balkons ran ne nein oh menno habe ich den jetzt echt voll übersehen da war wieder so eine blende wurst ey eieieieiei oh man kann ich jetzt wieder hier creeper löcher stopfen creeper loch das war doch gar nicht eingeplant ey hm man man na egal hallo so nur eben umstecken mit hier an erde heute ist wieder so ein tag weiß nicht warum drin gestern war ja auch irgendwie war es gestern ja gestern ne doch gestern siehste geht schon los mit der lampe da hinten ne ja ach da müssen ja noch dings ran hier ne falltür rennen hatte ich nicht eben noch oh man was mache ich denn hier heute so so ja wie mache ich das am besten mit die fenster mache ich die doch noch ein weiter runter dann müsste ich das alles wieder abreißen ne 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 ich lass die so ich lass die so hier drin muss ja eigentlich auch noch was rein könnte ich eigentlich auch noch mal ja umgedrehte treppen rein setzen ne oder was meint ihr umgedrehte treppen da kann man dann lang ist auf der anderen seite glaube ich auch so noch kann man auch so lassen aber oder noch mal eine holzreihe lang moment mal schauen wir mal wie das aussieht nehmen wir auch wieder schwarzeichenholz ist das auch schwarze ist das auch schwarze ja oh natürlich wieder verkehrt rum so ja und dann setzen wir da drunter wieder einen zaun dann brauche ich aber dann anderen ne ich könnte aber auch den hier nehmen weil ich den gerade da habe sieht das aus hier so und dann einmal rum was meint ihr dazu soll ich das so machen oder sonst gibt man einen anderen vorschlag bin mal gespannt auf eure Feedback muss erstmal was essen weil meine Herzen die sind ja so gut wie über die Hälfte fast weg so jo ich komme nochmal zum Ende danke wieder fürs einschalten liebe Leute ich sage mal bis zum nächsten Mal lass mal was schönes da Feedback da Kommentare Daumen nach oben Abo wenn mich darüber freuen und jo ich sage mal bis zum nächsten Mal es wird doch schon wieder dunkel naja so bis dann tschüss